Ein ganzes Video nur zu einem Ladegerät, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Kann man so sehen, auf der anderen Seite ist es doch ein wirklich sehr spezielles Ladegerät, das X-Tar, X-Tar, wie auch immer, demnächst in Kickstarter-Projekte reinbringt, wenn ihr das Video kurz nach einem Upload schaut oder schon im Handel draußen ist. Was es mit dem SN4 auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt. Dann schauen wir uns doch erstmal kurz den Lieferumfang an. Ihr seht schon, das Ganze kommt hier in so einer kleinen Tasche, wo alles Mögliche drin ist. Erstmal mit dabei ist ein USB-Typ-C Ladegerät, denn ja, der ganze Adapter wird über USB-Type-C angeschlossen. Ihr habt hier auch noch den passenden Netzadapter, gibt es natürlich auch die entsprechenden anderen Versionen auf der Welt. Dann seht ihr hier eigentlich das Kernstück mit schon einem angebauten Modul. Und zwar, wenn ich hier oben drauf drücke, kann ich es abziehen und ihr könnt dann hier, ihr seht hier die Kontakte, immer wieder andere Module anbauen. Zum Beispiel hier auf der anderen Seite, ich nehme mal diese Schutzkappe ab, nehmen wir dann für Sonys FZ100, FW100-Serie, also zum Beispiel von der A7 III oder der Alpha 7 R IV. Hier hätten wir dann Canon LPE 6, also ihr versteht das Prinzip. So, das wieder dran. Und wer sich denkt, es ist ja ein bisschen unfair, dass ich hier nur einladen kann. Ne, gibt es dann auf der Rückseite auch noch einen zweiten Anschluss. Und ihr seht hier auf der Oberseite dann USB-Type-C zum Laden. Hier nochmal die Akkustanzanzeige, aber ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt an. Ich habe jetzt mal einen Sony-Akku reingemacht und ihr seht tatsächlich, bis zu 3 Ampere werden hier geladen. Und wenn ihr mal am Strommessgerät schaut, hier haben wir 15 Volt Eingangsspannung. So schwankt ein bisschen um die 1,8 Ampere. Wenn man es mal umrechnet, hier wird jetzt nicht mehr mit 15 Volt geladen, sondern mit 8,4 Volt bei Lithium-Ionen-Akkus. Dann kommt es auch ganz grob hin, dass hier jetzt wirklich grob 3 Ampere reingehen. Allerdings maximal, wenn ihr wirklich ein Akku drin habt, sobald es mehrere Akkus werden, bei 2 habt ihr maximal 2 Ampere und ab 3 Akkus dann maximal 1 Ampere pro Akku, versteht sich dann natürlich. Und das testen wir jetzt einfach mal mit einem Canon LPE 6. Ihr seht hier direkt, schaltet es auf 2 Ampere um. Ich konnte das auch nie jetzt in 2 Ampere-Zeichen beim LPE 6 sehen. Wahrscheinlich lässt er sich einfach nicht so schnell laden, sondern halt nur bei den Sony-Akkus. Aber wenn wir dann mal hinkommen und sich das denn hier beides eingepegelt hat, sehen wir dann auch so um die 2, 2,5 Ampere. Seht ihr jetzt hier auch langsam sich aufbauen. Also auch der Canon-Akku bekommt jetzt ordentlich Strom rein. Und ihr seht, ihr könnt hier wirklich sehr, sehr flott das Ganze aufladen. Also es funktioniert, es ist ein richtiges Schnellladegerät, sehr modular. Es wird demnächst auch noch weitere Anschlüsse geben. Aktuell haben wir ja nur hier erstmal Canon NP-F und die Sony FW100. Allerdings auch noch kleinere Akkus von Sony, von Canon. Und später sollen auch unter anderem noch Fujifilm und Panasonic folgen. Also ich finde das System schon mal sehr, sehr interessant. Ihr habt es gemerkt, für ein Akkuladegerät doch ziemlich umfangreich, was man alles darüber erzählen kann. Ich persönlich muss sagen, finde das Design oder die Idee, dieses modulare Konzept dahinter sehr spannend. Denn oft ist es ja so, dass man nicht gerade nur einen Akkutyp dabei hat, sondern schon mehrere. Gerade so die Kombination von NP-F-Akkus, sehr gern genutzt für zum Beispiel Slider oder Video-LEDs. Und dann zum Beispiel den einen Kamera-Akku, den ihr habt. Also von der Sony Alpha 7 III, später vielleicht auch von Panasonic Kameras, wurde ja schon angekündigt, oder einer Fujifilm zum Filmen, Canon, Nikon, was auch immer oder fotografieren. Und die müssen einfach nicht mehrere Ladegeräte mitnehmen, sondern einmal das Konzept hier, wie ihr es da habt. Und hier ist zwar ein Ladegerät mit bei USB-Type-C, aber ich sage mal, die meisten unter euch werden, wenn sie zum Arbeiten irgendwie unterwegs sind, sicherlich noch ein Notebook mitnehmen. Und die meisten neuen Notebooks haben ja auch schon einen USB-Type-C-Anschluss, also vor allem Alpha-Books irgendwas in der Richtung. Und dann könnt ihr das einfach zusammen nutzen. Ihr müsst gar nicht das extra Ladegerät hier mitnehmen, sondern schließt einfach euer Notebook-Ladegerät an, solange es irgendwie 15 Volt liefert, gar kein Problem. Das ist ja das Schöne bei USB-Type-C, Power-Delivery, diese Standardisierung. Also man ist wirklich mit sehr wenig Material nur noch unterwegs, kann das irgendwie alles zusammen nutzen. Ihr habt das Case dazu, wo ihr dann auch verschiedene Adapter mit reinpacken könnt. Also wie gesagt, ich persönlich finde die Idee sehr, sehr spannend. Es wird jetzt erstmal als Kickstarter-Kampagne starten. Zu Preis habe ich noch keine Infos. Es soll aber wohl so in dem Bereich um die 70 US-Dollar gehen. Also schauen wir mal den Preis in Euro dann an für das Paket inklusive Netzteil, inklusive zwei Ladescheinen, also NPF plus eine weitere. Das ist wie gesagt die Info, die ich erstmal habe. Finale Preise werden wir dann noch sehen. Ob es einem das wert ist, muss jeder selber wissen. Auf der anderen Seite, ihr wisst auch, wenn ihr jetzt so ein Ladegerät nochmal dazu kauft, zum Beispiel bei Sony liegen ja bei der vielen Alpha-Kameras zum Beispiel keine Ladegeräte mit dediziert dabei, kostet das eine Ladegerät schnell irgendwas im Bereich 60 bis 100 Euro. Und die können teilweise auch nicht so schnell laden wie das hier. Oder wenn ihr es bei anderen Herstellern nachkaufen würdet, ähnliche hohe Preise. Und hier seid ihr doch recht flexibel und bekommt für das gleiche Geld dann die Möglichkeit, verschiedene Akkus zu laden. Also ja, im ersten Moment klingt es relativ teuer. Ich muss aber sagen, wenn man es wirklich in der Kombination nutzt, ist es gar nicht mehr so teuer, dass er durchaus zwei, drei, vier Ladegeräte direkt ersetzen kann. Also wie gesagt, ich finde es sehr spannend. Es ist von der Verarbeitung garantiert nicht das höchste der Gefühle. Da geht es sicherlich noch ein bisschen mehr. Aber mal gucken, vielleicht kommt irgendwann nochmal eine neue Variante. Was haltet ihr von dem XT-X-Tar SN4? Schreibt doch mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein und die Kickstarter-Kampagne ist dann natürlich auch nochmal verlinkt.